So zugetragen, dass der Patrick Losensky auf jeden Fall in einem Twitch-Livestream den Ondro sehr hart beleidigt hat, sehr unter die Gürtellinie gegangen ist. Und wir sind jetzt natürlich gespannt, wie der Ondro, der ja bekannt ist, softer als Zuckerwatte zu sein, wie der jetzt hier reagiert, ob er sich das weiterhin gefallen lässt oder ob er gegen den Patrick Insolwensky mal ein bisschen, auch mal ein bisschen Kante zeigt, ja, mal ein bisschen die Ellenbogen ausfährt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Die erste Folge heißt Folge 331 Flamboy beleidigt Ondro Hart. Ein schöner Typo hier drin auf jeden Fall im Titel. Gut, wir gehen rein. Let's go, meine Freunde. Kommen wir zum nächsten Thema. Können wir jetzt über das Thema reden? Ja, wieso nicht, Alter? Es ist in Ordnung. Ich muss immer darüber reden, Alter. Alles klar. Wie ihr wisst, meine Damen und Herren, kommt mein guter Freund Ondro aus der Weltmetropole Pforzheim. Und ich würde gerne ein paar Dinge nennen, für die Pforzheim berühmt ist, wenn das für dich okay ist. Auf jeden Fall. Und Pforzheim wurde zur Industriestadt und erlebte erneut eine wirtschaftliche Blüte als Schmuck- und Goldstadt. Das wusstest du natürlich, ne? Auf jeden Fall. Wusstest du, woher der Name Pforzheim kommt? Weil es die Pforte zum Schwarzwald ist. So, nicht ganz. Portus. Genau, Portus. Es ist die Pforte, also die Tür zum Schwarzwald. Ja, es ist einfach, es ist ein ungünstiger Name. Es ist ungünstig gewählt. Sehr, sehr ungünstig gewählt. Durch eine gewisse Doppeldeutigkeit hier, ne? Schwarzwald. Das lateinische Wort Portus bedeutet Hafen, mein Freund. Okay. Port. Stimmt. Okay. Der Hafen vom... Digga, hier gibt es keinen Hafen, Alter. Hier gibt es noch mehr. Eben. Allerdings wird in Pforzheim an der Enz kein großer Hafen gewesen sein. Trotzdem heißt das eben, kommt Pforzheim vom Portus. Hafen ist ja auch etwas, was man mit Wasser assoziiert. Und Wasser assoziiert man... Und in Wasser wird gerudert, Wasser assoziiert hier, ne? Ja, auch mit etwas, wofür Pforzheim sehr bekannt ist durch dich. Denn zum ersten Mal hat Pforzheim einen Ruderweltmeister in ihrer Stadt. Ey, wie lange, guck mal, wie lange hast du dir das überlegt? Diese Herleitung... Das ist eine gute, sehr lange und sehr ausgewählte Herleitung. Finde ich gut, das zu machen, Alter. Das ist schon legendär. Denn auch dafür ist Pforzheim ja seit neuestem bekannt. Nämlich, dass der Ruderweltmeister Andro Vesny, der die Olympischen Spiele im Rudern mit links gewonnen hat, jüngst, ne? Sehr viele Goldmedaillen. In der Stadt kommen sehr viele Goldmedaillen. Pforzheim ist ein hübsches Städtchen. Na gut, aber darf mördern. Ich weiß ja, wo du herkommst und da ist ja echt der Hund begraben. Deswegen weiß ich nicht, wie ich jetzt dein Urteil hier zu lesen habe, ja? Weiß nicht, ja? Keine Ahnung, wo da... Ne? Und es gibt auch eine Statue. Wenn ihr in Pforzheim seid, ne? Dann seht ihr in der Innenstadt gibt's eine Statue, wie Andro auch so in einem Boot ist mit so zwei Rudern in der Hand, ne? Und so rudert. Und ja, die Leute, die den Podcast verfolgen, die wissen ja, wie du bist. So, ich glaube, es gibt keinen, der nicht weiß, wie Andro Ovesny... Halle ist die beste Stadt, sag ich. Ey, Bruder, also, äh, natürlich ist Halle meine Heimat, ja? Da schlägt mein Herz für, aber ich würde natürlich sagen, da hast du noch nicht viel erlebt, Digga. Wenn du sagst, Halle ist die beste Stadt, ja? Ähm, vor allen Dingen, solange dort noch keine Statue von mir steht, ist das sowieso komplett, äh, indiskutabel, ja? Also Perfektion ist was anderes, meiner Meinung nach. Nee, drauf ist, für die Leute, die ihn nicht kennen, möchte ich aber ein bisschen was zu dir sagen. Andro ist er mein jahrelanger guter Freund. Einen meiner ersten Musikvideos hab ich mit ihm gedreht und seitdem unzählige Musikvideos, Covers, alles drum und dran. Undro ist ein gut, herziger Mensch. Also ich hab von Undro selten bösartige... Genau, Hände einfach weg auf den Markt und dann mischt auf den... ...die Dinge gesehen. So, manchmal... Aus nur drei Menschen. Lass mich, lass mich reden. Okay, ich lass... Außer natürlich manchmal bist du abgefuckt auf jemanden, das ist normal. Meine Schwester hat in Halle Kunst studiert. Hoffe, du hast sie nicht weggemacht. Äh, wann war das? Manchmal bist du auch ein bisschen unzuverlässig, kommst zu spät. Wenn du sagst, ich schicke was Freitag, wird er raus, Mittwoch, nächste Woche. Wenn du sagst, ey, wir treffen uns um 9 Uhr, wird 21 Uhr. Aber so Sachen fallen ja alle in die Toleranz von jeder Freundschaft, glaube ich. Weil genauso hab ich meine Seiten so und andere Leute ja auch. So. Als dieser Podcast angefangen hat, warst du ja erstmal nur einmal als Gast hier. Hast über Fotos geredet. Das Feedback war so super, dass wir gesagt haben, ey, komm, wann immer du Bock hast, komm in den Podcast, Quatsch ein bisschen. Wann immer keine andere Zeit hat, dann können wir immerhin noch auf OnDro zurückgreifen. Das ist sozusagen die fleischgewordene Notlösung. Dadurch wird deine Brand größer als Fotograf und als, ja, eigentlich, wie kann man dich noch außer als Fotograf, eigentlich auch als Hip-Hop-Experte, würde ich... Im 2010, ja, ist so, keine Ahnung, Bruder. Muss aber auch sagen, dass ich, glaube ich, auch nicht alle Namen weiß, der Person, mit denen ich intim wurde. Ist das schon sehr hurig, wenn ich nicht alle Namen weiß von Leuten, mit denen ich intim wurde? Nee, ne? Ist okay. Das ist nur in Ordnung, oder? Oder ist das schon arg dreckig? Ihr wisst, ich rede da ja auch ganz offen und ganz ungefiltert mit euch drüber, weil ich auch selber nicht stolz auf die Zeit bin und das auch als absteigendes Beispiel hier gerne immer thematisiere. In jedem Fall betiteln. Volle Kanne, so. Du kannst deine Brand vergrößern. Hier im Podcast bist du immer gern gesehen. Die Leute freuen sich darauf. Und letzte Woche... Oder warte, lass mich noch die Highlightung noch ein bisschen mehr machen. Okay, mach. Und du fällst ja des Öfteren auf in diesem Podcast, dass wenn ich mal sehr spicy werde und sehr harsch ins Gericht gehe mit dem einen oder anderen Künstler oder Künstlerin, dass du so ein bisschen auch einfach die Gegenpartei annimmst, nicht unbedingt aus, weil das so abgesprochen ist oder weil wir das so im Voraus planen, weil sonst würde ich mich auch nicht so sehr darüber aufregen jedes Mal, sondern weil du einfach versuchst, die Dinge von zwei Seiten zu betrachten. Genau, das ist halt leicht, wenn ich sage, ey, der ist ein Chirp. Du sagst, ja, der ist ein Chirp. Nächstes Thema. So, sondern ich sage, der ist ein Chirp. Du sagst, ja, aber. Dadurch hast du ja auch den Beinamen Abu Abba etabliert in diesem Podcast, weil oft immer ein Aber kommt. Und bei manchen Sachen bin ich cool. Bei manchen Sachen raste ich ja auch aus. Weil du manchmal sogar das Offensichtliche, das, was so vor der Nase ist, nicht einfach so ausdrücken kannst und hinnehmen kannst und dann auch da nochmal ein Aber reinwirfst und das macht mich sehr sauer. Ich gehe oft auch aus diesem Podcast raus mit Bauchschmerzen und ich sage, ey, ich werde Undru den Hals umdrehen. Äh, sieh da uns nicht. Ich danke für dein Team. What's up? Äh, die haben mich in den Hintergrund gelockt. Darf mal, du danke für die zwei, du bist. Du redest die ganze Zeit darüber, weil du selbstverliebt bist und zweitens, du hast ein Problem. Ne, nicht, weil ich selbstverliebt bin. Das stimmt nicht. Ich bin selbstverliebt, aber das macht sich nicht daran bemerkbar. Ja, dankeschön. Und danke alle weiteren Subs bisher, dankeschön. Sorry, ich habe, glaube ich, den einen oder anderen vergessen hier. Let's go. Erkennst du noch alle? Lass mal den Podcast weiterhören. Dann beruhige ich mich wieder. Aber, und jetzt bin ich schon ein Aber geworden, genau, großes Aber, bei einer Person hat mich das immer besonders aufgeregt, ne? Und es geht um den, ich weiß nicht, ob ich ihn Sprechgesangskünstler, Labelchef oder einfach HS nenne, ne, was ja eigentlich seine Natur ist. Es geht hier um MC Sonnenbrand, aka der Knabenflexer, aka der Flamboy. Wir sind heute bei Flamboy angekommen. Und auch ihn hast du auch verteidigt und die Leute, die es versäumt haben, ey, Flamboy hat Ondro schon mit Leuten bedroht, mit Rockern bedroht. Hat ihn angerufen, hat gesagt, ich will dich absch- Ja, das typische, das typische Programm hier beim Flissmeister, ja. Wenn er anruft, dann natürlich um zu bedrohen, zu beleidigen und dies, das, anders, ja. Um Leute versuchen zu drücken, ja. Leute zu unterdrücken, wo er denkt, okay, die sind jetzt ja keine Leute von der Straße, bei denen kann ich's machen, weil bei irgendwelchen Abis von irgendwelchen Feinden, da ist er ganz kleinlaut. ...stechen, sag mir Animus seine Adresse, ich will da hinfahren, ich will ihn abstechen. Hat oft genug Sachen gemacht, die komplett daneben waren. Ja, das stimmt. Und du hast trotzdem immer an das Gute an ihn geglaubt, so, und ihn verteidigt und gemacht und getan. Genauso mit dem Pidoo-Anwalt, ne. Der Pidoo-Anwalt, der ja die Pidoo-Fantasien seines Bruders immer verteidigt und sagt, ja, das ist doch nur Dirty Talk, haben die ja gesagt, ne, als sein Bruder im irrigierten Zustand über ein zweijähriges Mädchen fantasiert hat, bringt sie vor die Kamera, sie checkt eh nix, also die Unwissenheit eines Kindes ausnutzen für sexuelle Fantasien, hat ja der Pidoo-Anwalt ja auch verteidigt, ne, er ist ja ins Gericht gegangen, er hat seine ganze Rhetorik und seinen mangelnden Intellekt dafür genutzt, so die pädophilen Fantasien seines Bruders zu verteidigen, auch da hast du oft gesagt, schade, schade, schade. Also da muss ich dir widersprechen, das find ich echt schade, bei dem YouTuber, find ich echt sehr schade, bei dem Menschen, über den du davor... Weil du Sympathie mit dem Pidoo-Anwalt hast, du bist... Nee, mit dem YouTuber. Okay, das ist ja der Pidoo-Anwalt, aber gut. Okay, für mich ist der YouTuber. Okay, und jetzt... Aber bei dem anderen, bei dem anderen... Ich bin noch gar nicht fertig. Okay, sorry. Selbst Andro wird verwirrt, ich habe den ganzen Spitzenarmen hier, ne? Danke, Gates. Das ist das wild, Alter, ist das wild, Junge. Age of Souls, die für die Prime. Ich weiß, dass du heißt es, deswegen... Arm Hirn. Das ist ja extra in die Länge, weil ich sehr viele Nachrichten bekommen habe. Ich habe ja erst mal... Ich verfolge ja den Pidoo-Anwalt nicht mehr, ne? Seit er angefangen hat, Pidoo-Anwalt zu verteidigen, seit er angefangen hat, den siebenjährigen Sohn von Bushido HS zu nennen... Da habe ich auch gesagt, dass ich schlecht war. Boah, das freut mich ja, dass du das gesagt hast. Willst du jetzt einen Roden führen, oder was, Andro? Wow, du sagst, es ist schlecht, dass der den Sohn von Bushido als HS bezeichnet hat. Du bist ja ein Ehrenmann, du bist ja ein Löwe. Ein Löwe fliegt nicht mit Adlern. Das hört sich jetzt so an, die letzten 10 Minuten, als würde ich nur... Aber ich habe ja auch viele Widerworte gegeben, nur ich habe das immer auch von der anderen Seite... Ich habe aber auch schon mal widersprochen, jo. Ich habe auch versucht, versucht zu beleuchten. Aber egal, rede weiter. Ich meine damit, ich schaue mir die Sachen nicht mehr an. Weil der Pidoo-Anwalt, man guckt ihn an, er verdirbt einem einfach den Appetit, wenn man so am Essen ist und man sieht sein Gesicht und die Sachen, die er von sich gibt. Also, wenn ihr jetzt hier denkt, ja, also es ist auch öfters mal so im Stream, ne, dass ihr seht, irgendwie irgendwas raucht hier an der Ecke oder sowas, ne. Das ist natürlich meine Blender-Bottle von Zac Plus hier, wo mein Tee drin ist, mein Stress-Relief-Tee. Das ist keine Kippe. Hier wird nicht geraucht im Stream, gar nichts. Das ist alles komplett koscher hier an der Stelle. Dann legt man so erstmal das Essen weg, was gut ist, wenn man auf Diät ist. Aber wenn man halt normales Essen zu sich nehmen möchte, ist das schwierig. Und jetzt kriege ich auf einmal lauter Nachrichten mit, ey, Flamboy beleidigt. Und ich dachte, er beleidigt mich. Wie zum hundertsten Mal, aber da kam Flamboy beleidigt undro. Und ich denke mir, wait a minute. Von allen Menschen. Also, ich bin ja auf Flamboys Toten, Mutter, Schwester. Ich bin Schlitten gefahren. Ich habe Bundesjugendspiele gemacht. Ich habe Ironman auf denen gemacht, Triathlon. Ich habe Stepptanz, Riverdance. Von einer Seite zur anderen. Ich bin, Darpkill, bin ich in ihn reingegangen, ne? Von all den Leuten. Ich meine, die Industrie benutzt ihn ja als Feuchttuch, ne? Wenn du so am Hintern kleben hast. Und das ist ja Flamboy aktuell. Dick, das ist schon ein paar Gleichnisse, ja. Herrlich, herrlich, meine Freunde. Festival-Besitzer lassen ihn um 13 Uhr auftreten, weil die wissen, er baut vorher auch noch ab für die anderen Künstler und baut auf und so weiter. Und anstatt einen eigenen Backstage kriegt er so eine Bierbank mit einer Shisha eingestellt. Keine Brand will mit ihm arbeiten. Seine eigenen Künstler. Das ist gottlos, ja. Stell dir mal vor, da ist so eine Festival-Wiese, sitzt dann irgendwo neben den ganzen echten Zelten, vom echten Backstage, von den echten Stars, sitzt dann daneben so Flair auf irgendeiner Bierbank mit der Shisha und fühlt sich cool so. Ey, jetzt guckst du so, du Opfer. Du Opfer, Junge, du Opfer. Ah, herrlich, herrlich. Animus gut in Form hier, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Starke Folge bisher. Trennen sich von ihm öffentlich. Ich will nicht mehr, ich hab nichts mit ihm zu tun. Er sagt auch noch, leider, Leute. Ey, guck mal. Ich halte mich in Grenzen. Ich bin noch im alten Modus. Ich halte meine Wut in Grenzen, Leute. So, okay, rede. Jeder benutzt diesen Typen, ne? Einfach als Feuchttuch. So Toilettenpapier einfach. Ne? Was er selbst zu verschulden hat. Weil er ist der, der die Leute bedroht, die Redakteure bedroht. Genau so ist es. Also es ist nicht so, dass die Industrie oder die Meinungsmacher in der Deutschrap-Szene sich dazu entschieden haben, jetzt komplett random einen Typen zu mobben oder sowas, ja? Das ist jemand, der jahrelang dafür gearbeitet hat, dass ihn jeder hasst. Und das ist jetzt nun mal so, ne? WD Major, dafür dein Tier. Und danke für die gemeinsame Zeit. Freue mich auf die Bushido-Tour in Köln. Vor allem auf den DJ. Er wird sein härtestes Set auflegen, Bruder. Da kannst du aber sicher sein. Marvin seine Mutter gedoxet hat. Bushidos Frau, Kinder beleidigt. Er behauptet, die Kinder wären nicht von Bushido selber gewesen. Einfach so ein Chöp, der selber keine Familie hat. So, weißt du, nutzt den Schwachpunkt der Familie bei jemand anderem aus und macht und tut. Beleidigt dich, beleidigt dich das. Wir alle beleidigen den. Der Einzige in dieser Szene. 26.3. Lang-Test-Arena. Wir sind dabei. Lea, das freut mich natürlich. Schreibt mal rein hier, wenn ihr schon Karten habt, wann und wo ihr am Stütze seid. Der noch ein gutes Haar an ihn gelassen hat. Warst du. Und von all diesen Leuten beleidigt er dich auf schlimmste Art und Weise. Und ich möchte jetzt einfach nur die Sachen vortragen. Wie er, was er über dich gesagt hat. Kein Problem. Ich hätte auch drauf. Aber packen sie voll. Mach ich jetzt parallel eine Sekt-Plus-Bestellung mit Marvin 10. Internet-Benutzer 9. Du bist der absolute Ehrenmann hier. Ja. Für dich ja auch äußern dann. Dann gebe ich dir nämlich eine Bühne, wie du das so erzählen kannst. Was waren denn die Sachen, die er gesagt hat? Er hat gesagt, oh, er macht, Animus macht einen Podcast mit Ondro. So ein dicker Typ, der seine Socken auszieht und vor Scotts Deutsch an seinen Füßen rumpuppelt. Habt ihr das gesehen? Ja. Also warum auch immer hat Flair im Livestream das Bedürfnis gehabt, gegen Ondro zu schießen. Irgendwer hat da wohl im Chat irgendwie so geschrieben so, ja, Ondro verteidigt dich wenigstens noch. Und dann ging es irgendwie so mehrere Minuten von Flair komplett ekelhaft und extrem beleidigend gegen Ondro, Digga. Weil der einfach nicht differenzieren kann zwischen konstruktiver Kritik, weil natürlich auch nicht Ondro bei jedem Scheiß Ja und Amen sagt, sondern wahrscheinlich auch mal ein bisschen Kritik übt. Und bloßer Hateration und Beleidigung. Der Typ ist so komplex beladen, dass selbst Kritik auf ihn wie eine Beleidigung wirkt. Und deswegen schlägt er da um sich, wie ein in die Ecke getriebenes kleines Kind. Einer, der nur Fotograf geworden ist, um Frauen zu begrapschen mit seinen Fettfingern oder sowas. Speckhänden. Speckhänden. Dann hat er den krassen Reim gebracht. Ondro Mongo. Dann hat er noch gesagt, ey, äh, dit. Macht sich da etwa jemand über Behinderte lustig? Ja, also ich finde das Wort M-O-N-G-O ist maximal behindertenfeindlich, ja. Ekehaft, Digga. Ja, das fände ich ja ganz schön doof, ja. Wenn er das dann vielleicht bei anderen auch kritisieren würde, aber dann selber macht. Danke, Gates. Aber ich glaube, das würde ein Patrick Lusensky nie machen, weil ich glaube, wenn es etwas ist, durch das ein Patrick Lusensky noch nie in der Öffentlichkeit glänzte, dann ist es Doppelmoral. Ja, das gab es bei ihm noch nie. Üb, wie kann man mit so einem Ondro Podcast machen? Er ist kein Typ der Öffentlichkeit. Animo City in der Öffentlichkeit. Was weiß Ondro über Hip-Hop mäßig? Bla, bla, bla. Dann haben sogar Leute aus dem Chat. Ah, man darf also nur Podcasts machen mit jemandem, der schon in der Öffentlichkeit steht. Ah, also dann darfst du ja überhaupt gar keine neuen Podcasts mehr starten von Leuten, die vielleicht noch nicht so viele Leute kennen. Was ist das für ein Müll, ja? Der ist so doof. Der ist wirklich richtig, richtig hohl in der Birne. Er hat gesagt, ey, du Sohn einer Fleischmatratze. Ondro verteidigt dich jedes Mal. Er hat gesagt, die spielen nur Good Cop, Bad Cop. Fallt nicht darauf rein und alles drum und dran. Ja, als ob die sich vorher absprechen. Ja, guck mal hier, jetzt sag ich Flares, HS, dies, das. Und du sagst aber, ja, nee, das stimmt gar nicht. Das ist krank, ja? Ist das krank, Digga? Also er hat wirklich... Digga, also auch bei mir und Bushido im Elektro-Ghetto-Podcast ist nichts großartig abgesprochen. Also ist jetzt nicht so, dass wir uns da vorher einen Rahmen... Geh von meinem Rücken runter, du Fan. Dass wir uns da vorher einen Rahmen so ausmachen, ja? So im Sinne von, oh, da sag ich das und ab Minute 15 sagst du das und dann mach ich so... Und dann machst du dies und dann machst du das. Genau, ja, wir lesen nur ein Skript vor, richtig. Das Skript schreibt jemand anders, das ist Peter Rosberg übrigens, der will nicht mehr so im Vordergrund stehen. Das heißt, Peter Rosberg hat jetzt mit Bushido so diesen Alibi-Beef erfunden, um sozusagen den Hintergrund als Ghostwriter für den Elektro-Ghetto-Podcast engagiert zu werden. Er mag das schießen, aber er mag nicht die Öffentlichkeit. Das heißt, wir lesen eigentlich nur ab. Nee, aber jetzt mal Ironie-Modus-Off, Alter. Also was da teilweise von irgendwelchen Larven, also auch irgendwelche absolut bemitleidenswerten, absoluten Versagertypen, die nicht einsehen können, dass sie auf den Podcast nicht reagieren sollen und denen dann nachsprechen. Hast du das schon mal von solchen Lappen gehört, Alter? Ja? Von solchen Knechten? Von solchen Losern? Ja? Die interpretieren da auch mega viel rein, dass das so voll manipulativ alles ist, ne? Äh, so viel abgesprochen ist bei solchen Podcasts gar nicht. Also ich weiß nicht, ob das, äh, keine Ahnung, vielleicht daran liegt, dass die Leute selber keine Podcasts haben, aber nehmt mal so einen Podcast auf, da ist nicht so großartig was abgesprochen. Das ist ja irgendwo auch Sinn und Zweck der Sache, dass man sich halt trifft zu so einem Talk. Das ist ja, im Endeffekt sind die Townhalls, die ich mache, ja auch nichts anderes. Das sind ja auch keine klassischen Interview-Formate, sondern mehr so Gespräche, Talks, ne? Werdet ihr auch bei dem Tubo-Ding sehen, was jetzt am Samstag erscheint. Die Townhalls offiziell zurück. Ähm, dass das halt, äh, ja? Dass das halt nicht diese klassische Interview-Struktur annimmt, sondern weiterhin ein lockeres Gespräch bleibt, ne? Kein gutes Haar an dir gelassen. Wo ich sagen muss auch, manche haben mir geschrieben, ey, eigentlich müsste Ondro ihn auch anzeigen wegen, äh, Rufschädigung, weil, dass du nur Fotograf bist, um Frauen zu belästigen, ne? Ist ja eigentlich auch extrem rufschädigend, gerade wenn man neben einem sitzt, der Kinder belästigt hat, äh, die... Ich fände das gut, wenn Ondro das, ähm, auf jeden Fall, ähm, rechtlich verfolgen lässt, weil ein, äh, Flair hat ja auch Bushido angezeigt. Oh, 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 oh Das ist so ein Kerl von so einem alten Looney Tunes, so Panzerknacker, ihr kennt doch die Panzerknacker, solche Hohlköpfe oder diese Neandertaler-Cartoons aus den 60ern, so Flintstones und so weiter. Irgendwie wirkt der so aus so einem schlechten, billigen Cartoon halt, ja. Man fragt sich, wie kommt der klar, ne. Fred Feuerstein war aber mehr so ein Macher, Digga. Ich würde eher so sagen, das ist so, der ist so Barney Geröllheimer. Das war der Blonde, ne, das war der Allmann. Fred Feuerstein war mehr so knäckisch unterwegs. Ah, stark, Digga. Micha, danke für die 5. Bits, das, was du bei Bushido machen sollst und dich DJ zu nennen, ist eine Beleidigung für jeden. Was, bla bla bla, das, was du machst, ist eher eine Musikalanlage. Traue ich, dass du viele Hip-Hop-Künstler seinen Livestream bieten, aber einfach, dass du es bist, macht alles wieder gut. Na siehste, da hast du dich nochmal ganz klar gerettet hier, Micha, ja. Und außerdem weißt du doch gar nicht, was ich da mache. Ja, vielleicht stehe ich da auch an den Turntables und lege mein härtestes Set auf, Bruder, ja. Kennst du das, das ist so, so, Micha, du bist so typisch deutsch, Digga, ja. Du bist so, so, Micha ist so voll der Hardcore-Allmann, der, der redet alles schon immer schlecht, bevor es überhaupt stattgefunden hat oder bevor es überhaupt gesichtet hat, ne. Warte mal ab, bis ich meinen USB-Stick da, bis ich meinen USB-Stick dort reinpacke, in meinen iMac, Junge, und dann auf Play drücke. Oho, Junge. Also, so hat noch keiner die Play-Taste gedrückt, mein Freund. Sag ich dir, wie es ist. So ist es, mein Freund, ja. Kaffeemaschine, danke für dein T1, was geht ab. Scratchst du am Ende der Songs? Ja, natürlich. Fantasien verteidigt, wie man Kinder belästigt. Ist schon sehr mutig, ne. Und der Anwalt saß nebendran, hat gelacht und jemand aus dem Chat hat geschrieben, ey, Andro hat Kanye West und Jay-Z und so Leute fotografiert, ne. Und da hätte ich gedacht, dass der Anwalt wenigstens mal von der Seite sagt, ey, Andro ist schon ein renommierter Fotograf, ne. Aber hat er so ein bisschen, hat er so ein bisschen, hat ein bisschen gemacht. Er hat versucht, seine Anwaltkünste, weil es ist auf jeden Fall. Also der Unterschied zwischen iMac und MacBook. MacBook ist der Laptop und iMac ist der Standrechner, ne. Das ist aber auch noch ein Monitor und der, äh, da gibt's kein Tower zu, sondern der Computer ist im Monitor, ne, hab ich recht? iMac ist sozusagen der, der Bildschirm, ne. Na, siehst du, guck mal, wie ich die auskenne. Auf jeden Fall leichter, Andro zu verteidigen, als sein Bruder, der mitten im Ständer, äh, über ein zweijähriges Kind philosophiert, dass er ihr auf die Locken jacksen will und so weiter, ne. Das ist ja natürlich leichter, eigentlich Andro zu verteidigen. Hat versucht, aber man hätte natürlich auch mehr das unterbinden können. Hauptaufgabe, Marvin muss Animus verschwitzen, Kopf mit dem Handtuch abwischen. Ich glaub, Animus, der transpiriert sehr schnell, ne. Ob, äh, da gibt's einige Handtücher, die dann, äh, durchnässt werden. Yeah. Und all diese Vorwürfe sind rauskommt, die Leute haben's mir geschickt und natürlich, bro, konnte ich mir das ja nicht nehmen lassen, dich darauf zu markieren, ne, um einfach, auch dadurch, dass ich endlich die Bestätigung habe, dass dieser Typ ein absolut schlechter Mensch ist. Wie hast du? Seit Jahren sage, dass die Öffentlichkeit, dass alle, die zu mir gesagt haben, Musa, du bist zu hart mit Andro, wenn er den Flamboy verteidigt, lass ihn doch einfach, warum bist du neidisch, warum bist du so, warum bist du so, warum bist du so gemeint? Äh, Fettcher, der Prime, was geht ab, Harmony Rolex, der für die 300 Bits, ich hoffe, es wird als letzter Song Erster Schnee gespielt, ne. Also Erster Schnee und Jupiter Ring, äh, ne. Meinst du, Andro? Und jetzt ist das Feld offen. Diese zwei Songs, äh, möchte ich nicht spielen, da weigere ich mich, da bin ich nicht dabei. Ja, und ich will nicht sagen, dass ich eine Entschuldigung von dir erwarte oder so, ne, oder ein Musa, du hattest recht, ich lasse dich jetzt einfach mal reden, mein Bruder, was sagst du zu den Geschehnissen und zu den Vorwürfen, da sind ja viele Vorwürfe. Das ist so ein undankbarer, ekelhafter Mensch, ja, der Flissmeister, das musst du dir mal vorstellen. Animus macht hier schon einen, einen wirklich harten Podcast, wo er auch wirklich hart gegen Flair vorgeht. Und man kann im Endeffekt als Flair-Fan oder als Flair selber noch froh sein, dass noch so jemand wie Andro daneben sitzt, der noch so versucht, ein bisschen so, ja, talk some sense into it, so, so dem Style hat, äh, noch ein bisschen versucht, Sachen zu relativieren oder vielleicht auch mal ne, ne Gegenseite anzunehmen, ja, einfach nur damit alle Seiten abgedeckt sind. Aber, was macht der Flissmeister? Beleidigt den auch hier gottlos, ja. Und, ähm, man darf auch nicht vergessen, der Andro wurde ja schon, bevor der jetzt hier von Flair öffentlich mehrere Minuten beleidigt wurde, wurde der ja auch schon mehrmals angerufen und bedroht, ey, ich stech dich ab, ich schlag dich zusammen oder ich mach dies, ich mach das. Weil, es ist, Flair macht das immer gerne bei Leuten, wo er weiß, die sind nicht Straße, ja, er ruft gerne Leute an oder slidet gerne in denen ihren DMs rein, äh, von Leuten so YouTuber. Reporter, Reporter, Fotografen, solche Leute halt, ja, wo er einfach denkt, okay, das sind ganz normale Law-Arbiding Citizens, ja, so ganz gesetzestreue Bürger und, äh, er geht immer davon aus, dass das dann halt immer Früchte trägt, weil, ey, die kann ich ja unterdrücken, weil die haben ja keine Abis, ne, die können ja nicht ihre Abis anrufen und die, die, die machen mich dann mundtot, weil ich ja vor den Abis immer kusche. Ja, genau so ist das halt, ne. Das ist ein typischer, klassischer Mobber, Unterdrücker, Bulli und deswegen, ähm, ein absoluter Müllmensch natürlich an der Stelle. Alcatraz, danke für den Tier 1, DJ Crazy Brown, danke für dieses Mal, du bist das andere, euer, euer Tour-Fotograf, hm, ich glaube nicht. E. Kröner, danke für den Tier 1, was geht da ab? Das ist richtig, das stimmt. Also, vielen Dank für die Bühne, Leute. Also, zuerst möchte ich sagen, ich hab den, ähm, diesen kleinen Frechdachs nie verteidigt in seiner Menschlichkeit, weil wir wissen alle, dass er ein Müllmensch ist. Keinen Anstand hat, keine Ehre und er nicht mit besonderer Intelligenz gesegnet ist. Erstens das, ich hab nie sein... Damn! Hättet ihr das erwartet, dass er so deutsche Worte findet hier? Damn! Nice! Gefällt mir, gefällt mir. Der Ontro hat seine Eier gefunden hier, let's go. Bars! Absolute Realtalk, die der Ontro hier droppt hier, ja, an der Stelle. Eine Realtalk-Zeile nach der nächsten wird hier gedroppt, unfassbar. Eine Menschlichkeit verteidigt, ich hab nur verteidigt Dinge, die wir besprochen haben, zum Beispiel, dass der jetzt ein Schü... Ein Löwe, meine Freunde, ja, ein wahrer Mann. ...Schüler hat und weshalb der Schüler vielleicht einen positiven Outcome in seinem Umfeld... Ich fahr auch Schlitten auf diesem, äh... Ja, ich auch, warte. ...an seiner Seite hat, aber dazu kommen wir gleich. Nur noch mal, damit das klar ist. Ja, genau, ich auch. Jetzt warte, lass uns erstmal... Er kann seine Karriere jetzt schon mal die Toilette runterspülen, aber kein Problem. Okay, warte. Also, ich hab nie ihn als Mensch verteidigt, ne? Ich hab immer so... Ich hab das versucht, von zwei Seiten zu sehen, aber natürlich sein Müll, menschlich vollkommener Müll. Ich möchte euch erzählen, wie ich davon mitbekommen habe, dass ein kleiner Frechdachs in einem Stream über mich gesabbelt hat. So, ich spiele League of Legends. Mit einem Menschen, den du kennst, von Bushido, mit Balog, hab ich gespielt. Ja, ey, schau doch an Balog und an die League of Legends gehen. Boah, Bruder. Balog langsam Superstar geworden hier. Wahnsinn. Zurecht natürlich, absolut erinnert. Wir haben noch kein Spiel verloren, da passt kein Spiel verloren. Echt, ja? Er ist echt gut. Er spielt so ein paar Lingen über mir und... Okay, nice. Er ist so ein Partner, den ich brauche, weil ich mach immer so Kamikaze-Aktionen. Weiß nicht, ich kille drei Leute, ich sterbe aber selber. Aber wie ein Mann stirbst du. Ja, ein Mann, wie ein Löwe. Und wir spielen so und ich hab gesehen, dass du mich bei Ding markiert hast, bei Insta. Socht da auch mal mit, Marvin. Nee. Was ist denn das League of Legends? Ist das nicht... Ist das das, wo man hier bauen musste und gleichzeitig Leute abschießen? Wo man solche Türme baut und all so einen Scheiß? Nee, hör mal auf, Alter. Und da ploppt du auf, animus markiert dich und ich guck so drauf. Ach nee, Fortnite war das ja. Stimmt, ja. Fortnite. Was ist League of Legends? Ist das das, was Trimax, womit Trimax berühmt wurde? Ist wie World of Warcraft. Naja, warum spielen sie denn nicht World of Warcraft, Alter? Diese Nachricht? Und denkst du, das ist Screenshot? Weil ich hab nicht... League of Legends ist mit Zauberern. Na, das ist ja genau mein Ding. Hex, Hex. Nice. Junge. Auf die Nachricht geklickt. Ich hab nur gesehen... Das Clash of Clans. Ach, lass mich doch in Ruhe. Hat doch so mich markiert. So Screenshot. Da seh ich den YouTuber und dann... Wie D-O-T-A ist das? D-O-T-A. Dungeons of the Armageddon. D-O-T-A. Ich guck jetzt nicht in den Chat, bis ich weiß, was es ist. D-O-T-A. Du sagst es ja so, als ob das irgendwas ist, was relativ bekannt ist. D-O-T-A. Deine Olle. Ich weiß es nicht, Alter. Was ist denn D-O-T-A? Wisst ihr selber nicht. D-O-T-A. Defense of the ancients. Ohne D-O-T-A. Deine Olle tickt anders. Man spricht das Dota aus. Diesen kleinen Frechdachs daneben und du hast mich markiert und so, ey, wie kannst du ihn noch verteidigen? Oder irgendwas hast du geschrieben. Wie kannst du diesen HS immer noch verteidigen oder so? Genau. Und man muss richtig sein, du kannst, wenn du der kleine Frechdachs sagst, denk mal vielleicht, du meinst den P-Anwalt. Der P-Anwalt ist der kleiner als der Frechdachs. Er ist der YouTuber. Okay. YouTuber und der kleine Frechdachs ist der MC-Sommer. Also mit Apex ist ganz okay. Also Apex finde ich ganz in Ordnung, wenn da die UFC Fight Nights stattfinden. Aber ich finde natürlich die großen Stadien mit Publikum besser, Bruder. P-Anwalt und Knabenflexer. Okay. Und aber das Spiel mit Ballock war ja auch in Gang. Also wir zocken so, weiß so, zack, zack. Und ich vergesse dich irgendwann so, dass du da geschrieben hast. Irgendwann klicke ich so, nee, irgendwann schreiben mir Leute, Podcast-Hörer, ey Leute, vielen Dank an. Also ey, guck mal hier, der Stream-Highlight-Bomb, so, das, das, das. Und ich sehe so und ich mache das so an. Und ich habe dir dann auch geschrieben so, hey, was hat der gesagt? Weil ich es nicht angeschaut habe. Weil ich habe gedacht, es werden Screenshots. Und dann mache ich das an und auf einmal sehe ich diesen kleinen, unverschämten Frechdachs das sagen, was du gerade gesagt hast. Ja, der macht so einen Podcast mit einem Ding, Fotografen. Ah, weißt du, der lacht wie so, weißt du. So, der Dings. Der klingt aber nicht wie die Flair gerade, ne? So eine ziemlich beschissene Nachmache, ja, Alter. Na gut. Weiß kurz, Torch zu Hause an deinen Füßen. Ja, darüber würde ich gerne gleich reden. Aber das stimmt, guck mal, da muss ich ausholen. Weil die Story stimmt erstens so nicht. Und dieses Füße popeln, also dieses irgendwas seine Füße machen, kommt nicht aus L.A., sondern kommt aus New York. Jetzt pass auf. Ich freue mich sehr, dass Undro sich hier scheinbar emanzipiert und über seinen Schatten hinausspringt und dem Knabenflexer hier mal eine Ansage macht, ja, dass man sich da ein bisschen benehmen muss. Wir gehen rein direkt in die nächste Folge, denn Undro platzt jetzt auf den Flamboy. Die Ruhe der Saison ist offiziell vorbei. Undro hat seine Eier gefunden und macht hier mal eine stabile Ansage, hoffe ich. Let's go, let's go, let's go. Du hast New York an deinen Füßen gepopelt? Nein, jetzt pass auf. Story. Wie das Ganze entstanden ist, also richtig behindert. Und wer hat das überhaupt an Flamboy herangetragen? War das Kollegah oder wer war das? Nee, nee, nee. Kein Fall, Alter. Der Tony ist nicht so. Also. Tony ist nicht so. Oh mein Gott, Digga. Ja. Tony ist nicht so. So wie Patrick. Mehr kenne ich euch von deinem Prime. Der Frechdachs hat ja jetzt einen Schüler, dieser andere. Der ist auch Patrick, glaube ich. Und der war in L.A. dabei, weil zu dem zum Zeitpunkt. Ah, Noir war da dabei, weil das die Monument-Tour doch war, ne? Nee, nicht Monument-Tour, sondern diese Monument-Promo-Phase. Der war ja unter und rum mit in New York und so weiter und hat dort auch richtig geile Fotos auch geschossen von Colle, ne? Die sind auch, glaube ich, bis heute noch auf Instagram und so weiter, wo Colle so an der Wall Street ist und so richtig cool rausgeputzt. Und da war Noir natürlich auch gerade so unter den Fittichen von Kollegah, so als Schützling, ist doch da mit Kollegah dann auch schön rumgereist. Gab's ja unter anderem auch hier Bars aus Dubai. Bars aus Dubai, aka Kollegah zahlt für uns zwei. Zeitpunkt des Monumentalbums von Tony war Noir im Umfeld von Tony. Das bedeutet nur, damit wir das auch nochmal für die Podcasts verklaren, der Newcomer, den du noch gut geredet hast. Genau, der meint Noah, richtig. Das heißt, er ist ein lieber, junger, respektvoller Junge. Alles drum und dran. Hat als Dank dafür über dich gelästert und einfach Lügen verbreitet, wie du dich benimmst in Gegenwart, Transports dort und so weiter. Und diese Story... Kann ich den auch von Kopfbesuch beleidigen? Auf jeden Fall. Man weiß ja nicht, in welcher Konstellation das war. Weil mein Mann kennt das ja. Man chillt im Studio. Der Meister sitzt dann dort. Also der Frechdach sitzt dann dort. Darf ich jetzt oder nicht? Wusstest du, dass Flair mal live mit Tearstar das Noir vs. 4-7-Battle geguckt hat und meinte, Noir hätte Haushoch gewonnen? Oh, hör mir auf, Diggaier. Da merkst du echt, der hat gar keine Ahnung, der Bruder. Der hat echt keine Ahnung, Alter. Mann, 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 Mann. Also, keine Ahnung. Ist vielleicht sogar noch untertrieben, weil... Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der irgendwie da Noir vorne gesehen hat. Also 4-7 hat den sowas von wegrasiert. Vom allerfeinsten, Alter. Ja, man macht, was du willst. Kannst du machen, Alter. Ich sag auch später noch... Habus? Ich sag, nö, gibt's nicht. Ich sag auch später noch was dazu. Sehr gut. Und der Frechdachs richtet sich vielleicht über mich auf und dann sagt der Schüler... Aber ich weiß, warum. Weil Noir einfach eine teurere Jacke auf der Bühne anhatte. Hat er das Battle automatisch gewonnen für Flair, ja. Es geht ja nur darum, wer hat die teuersten Klamotten an, in wessen Kette birnt wen. Skids sind eher sekundär. Dann so, ey, ich kenn Dings. Guck mal, der hat... Ich kenn auch einen Dings. Der hat dann seine Füße gepopelt. Nein, der hat... Nein, das hat er hundertprozentig gesagt. Vielleicht hat er das so irgendwie... Oder doch, vielleicht hat er so erzählt. Und ey, der hat sich einfach Ding... Seine Schuhe ausgezogen, das war aus Deutschland in der Villa. Ja, aber was ist mit Füße popeln? Warte. Das ist, als würde man sagen, Drop Dynamic hätte gegen Lars gewonnen. Hast du vollgemacht, Bruder. Warte, gleich, gleich. Es gab nämlich eine Person, außer Toni, die war dabei. Oder Finch hätte gegen Klöpp gewonnen. In New York und in L.A. Das heißt, diese Füße... Was nicht Füße popeln war, diese... Irgendwas an den Füßen machen Story ist aus New York. Erzähl dir. Aber was hast du da drin? Warte, 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 warte. Also, in New York. Erster Tag New York. Wir landen in New York. Wir checken... Also, ich weiß schon mal, wer auf jeden Fall nicht in Turbos reinkommt. Und zwar Ondro. A.K.A. Er pullt sich in den Füßen vor anderen Leuten rum. Und zieht sich da irgendwelche Fusseln raus und schnippst die so auf den Teppich. In dem Hotel ein. Auch da, wo ihr wart. Mit Puschido. Selbe Hotel. Danke, guys. Katzen Sprung vom Times Square. Wir chillen dort so. Was mache ich natürlich als Fotograf? Ich gehe sofort... Ah, die anderen chillen in ein Hotel. 24, so wie Kobe. Der Fettet-Watt. Die machen so ihre Sachen. Digga, ich gehe sofort raus mit Kamera. Und... Bist du barfuß gegangen? Nein, Bro. Okay. Nein, eben nicht. Ach so. Es hat noch nichts mit den Füßen zu tun. Nein, noch gar nichts. Ich habe so coole Adidas geholt. So fresh. Aber die waren neu. Das heißt, die waren noch hart. Noch nicht eingeschaut. Ich glaube, das müsste Flair eigentlich feiern hier, ne? Sich teure Klamotten zu kaufen, um cool zu sein. Ist doch genau so ein Ding. Gelaufen. Ja. Jetzt laufe ich am ersten Tag durch New York. 500.000 Kilometer. Mach viel Fotos. Suche Locations für Fotos. Guck mich ein bisschen in der Gegend um. So. Dann... Marvin, würdest du sagen, du hast eine Hygiene für Fimmel? Nein. Gibt es denn darauf, Alter? Aber was ich auf jeden Fall mir angeeignet habe, seit Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich keine Türgriffe mehr anfasse in öffentlichen Räumlichkeiten. Also natürlich zu Hause ist es was anderes, ja. Aber hier, wenn ich irgendwo öffentlich langlaufe oder so, gerade auch auf öffentliche Toiletten gehe, mache ich die Türen nicht mehr mit meiner blanken Hand auf. Da packe ich mir dann gerne ein Stück Ärmel dazwischen oder trete die Tür auf oder sonst was, ja. Weil ich einfach seit dieser ganzen Phase da eine ganz andere Wahrnehmung habe von meinen Mitmenschen und auch damals schon im Office gesehen habe. Also ihr dürft euch das nicht so vorstellen wie so ein Office, so sechs Leute, sondern so im Headquarter bei uns im Unternehmen waren wir so mehrere hundert Menschen, ne. Das war so ein riesen, riesen Office mit Glas, Tür, dies, das, Ananas, mit Treppe, Hochtreppe, unter mehrere Floß. Und schon da habe ich dann so mitbekommen, Alter, nicht nur, dass Leute aufs Klo gehen und dann einfach sich nicht die Hände waschen, sondern einfach vom Klo weggehen, sondern auch, dass einfach Leute so in ihrer Hand niesen und dann einfach die Tür aufmachen, ja, mit dieser Hand, wo gerade reingenossen wurde. Und wenn das schon im Office so passiert, weiß ich nicht, wie das auch in anderen öffentlichen Orten ist. Deswegen kann man da ganz leicht auch einfach vermeiden, sich hier irgendwie anzustecken mit Erkältungsviren oder sowas, indem man einfach sowas nicht anfasst. Genießt? Was heißt so genossen? Genossen, Genossen wie meine ostdeutschen Kameraden, die ich schmerzlich vermisse hier natürlich an der Stelle. Merke ich abends? Handschuhe tragen, immer, genau, ja, ist auch Quatsch. Ja, dann heißt es halt genießt, Mann, ist okay, richtig. Nachdem ich wieder im Hotel bin, im Bett liege, so, oh, meine Füße tun krass weh, zack, zack, zack. Am nächsten Tag habe ich Blasen, Alter, ohne Ende, an den Füßen. Pause. Also ein Fuß. Pause. Genau, Pause. Da habe ich so diese Blasen einfach und am nächsten Tag sind wir alle in den Quad-Studios, da, wo ihr auch wart, mit Bushido. Also, der erzählt die halbe Lebensgeschichte von Bushido. Jetzt, warte, 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 aber du kennst es. Also, hier hätte man wieder eine Wette machen können, wie oft wird Bushido erwähnt und wir hätten hier auf jeden Fall gut abkassiert, ne? Das ist auch, dass du dir vorstellen kannst, weil du kennst die Räumlichkeiten, du kennst das so. Wir chillen alle dort, dann tonen die nicht auf mit diesen Produzenten. Und dann hast du deine Schuhe ausgezogen und so an deinen Füßen massiert, weil die wehgetan haben. Nein, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe immer noch diese Blasen an den Füßen gehabt. Jetzt gibt es ja sehr viele Räumlichkeiten. Sag mal, ey, du kannst hier nichts essen oder trinken, wenn Otro redet hier, ja? Bruder, ist doch mal gut jetzt. Ja, in diesem Studio. Es gibt ja das Hauptstudio, da gibt es ein Nebenstudio und das hat. Ja, genau. Hier so in den Nebenraum, so in die letzte Ecke, da wo kein Mensch ist. Ja. Da ist so schul. Ja. Mich nerven diese Blasen. Ja. Da ist kein Mensch im Raum. Ja. Ich denke so. Jetzt erzähl nicht, dass du die da aufgestochen hast. Äh, 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 äh. Ich hole so, von Toilette hole ich so Zebra. Ja. Dann habe ich so Schiri geholt und dann... Er hat sich da einfach operiert hier im Studio, ja? Eckehaft. Habe ich gedacht. Und so, vorher in der Apotheke habe ich so Salbe noch geholt, ne? Dann setze ich mich auf dem Stuhl. Immer noch. Setze ich mich auf dem Stuhl, schneide da so in meinen Blasen rum. Allein im Zimmer. Ziehe meine Schuhe aus. Steche die Blase auf. Mach so Dings mit Zebra so. Verarztet so ein bisschen. Darf ich für die Hörer an dieser Stelle sagen, bleh, aber... Ja, dankeschön, dankeschön. Ja, okay, Alter. Aber ich habe Blasen gehabt und wir waren der zweite Tag in New York. Warum musst du das so detailliert erzählen? Ich will doch einfach wissen, was der Junge... Voll, Alter. Weißt du denn nicht, dass Animus zu faul ist, irgendwas rauszuschneiden aus dem Podcast? Doch, Mann. Dann bin ich alleine, verarztet mich so. Dann kommen die Jungs rein. Weißt du, zack, sehen mich so. Die sagen, ey, was machst du da? Und ich so, die kann ich doch blasen, Alter. Also ich weiß nicht so, dass ich vor allem das gemacht habe. Ich war im hinterletzten Raum, ganz allein. Die sind dann zu mir gekommen. So, dann haben die so ein bisschen Witze drüber gemacht, was normal ist. So, ey, hier, mach so Füße, so, alles klar. Der eine Mensch, der dabei war... Also, Real Talk, ich verstehe, was er meint. Er meinte, okay, das sind mehrere Studios, die waren alle in einem und ich bin dann ins allerletzte Hinterzimmer gegangen und hab mir das da gemacht. Ich hätte es wahrscheinlich trotzdem eher auf dem Klo gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Das ist für mich etwas, was man eher dann irgendwie, ja, keine Ahnung, auf dem Klo kannst du dich auch einschließen. Ist auch ein bisschen sanitärer dann vielleicht, ja. Ja, was weiß ich ja, wenn jetzt ja eine Blase aufsticht und das suppt dann irgendwie auf den Teppich oder so. Ja, lass mal, Bruder. Lass mal. Also dann lieber aufs Klo gehen, Digga. In New York hat es wahrscheinlich dann, als er gesehen hat, dass ich Scott's Deutsch gefragt habe, ey, kann ich, ich hab übrigens keine Turnschuhe in der L.A., das hab ich falsch erzählt, ich hab Flipflops angehabt, aber trotzdem wollte ich Wall Highs, da ist Pool, da ist so Terrasse mit so Holzbrettern und so, ich wollte da ein bisschen Barfuß rumlaufen, einfach weil es cool ist, im Haus da. Scott's Deutsch so, ja, mach kein Problem, zieh aus. Ich zieh meine Flipflops aus und lauf einfach Barfuß. Ich kann es wirklich vorstellen, wie Andro da gefragt hat. Ey, yo, Scott, bro. Is it okay if I take off my sandals? Yes, bro. Yes, cool, bro. Cool. Man hätte das ja noch ein bisschen weiter spielen können, ja. Ey, Scott, it's me again. Yo, bro. Can I take off my pants? Yeah? Alright. That's awesome, bro. Yes. Yeah. Okay, nice. Dann fünf Minuten später. Ey, Scott, it's me again, bro. It feels really nice. It's okay if I take off my underwear, too. It would be great, yeah. Oh, cool, cool. Is it cool for you? Yes? Nice. Nitscha, da finde ich so ein bisschen, Andro, der alter Fußfetisch ist, wollte das wissen, wann kommt das Bubble-Bart-Video. Oh, hör mir auf, Digga. Pass rum. Und dieser eine Mensch, der in New York dabei war, sieht es. Ey, wie kannst du das nur ausziehen? Wie kannst du nur die Schuhe ausziehen? Und es war nicht der Schüler, sondern jemand anders. Und nicht Tony, ne? Und er geht dann dort wieder zu der Gruppe. Ja, Colle sah neben Scott Storch aus wie ein Bader-Mann-Deutscher. Undro ist dort rumgelaufen ohne Schuhe. Er hat gesagt, ey, kann ich hier barfuß bei dir durch die Bute laufen? Wäre ich richtig nice, Alter. Digga, die Deutschen hier wieder komplett respektlos. Alles eingenommen hier. Erstmal. Gruppe, während ich mit Scott Storch seiner Frau am Kaffee saß und ein bisschen gelabert habe. Dann hat wahrscheinlich der Schüler diese Story aufgeschnappt mit dem, so ey, der hat seine Schuhe ausgezogen. Und wahrscheinlich hat dieser Mensch, der bei beiden Locations dabei war, gesagt, ja, der hat in New York auch so das gemacht. Obwohl ich dann meine Blasen verarztet habe. Und dann hat der Schüler diese Information und er wollte irgendwie cool sein vor seinem Meister. Und dann hat er gesagt, ey, guck mal hier, ich weiß so Story, der hat das und das gemacht. So ist es. Verzeihen wir jetzt dem Schüler oder ist er ein Peach? Also nach der Aktion ist er eigentlich für meine Begriffe ein Peach. Aber ich muss trotzdem noch sagen, dass er... Ui, 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 ui. Auch explizite Wort war hier von Ondro. Ja, langsam wird's spicy. Let's go. Was für Aufbruch? Schönen Training, um das Wieter zu finden, nur für die Bubble. Komm schon, gib dir einen Schub und zeig der Ball. Nitsch, da findest du, wo du bist, kannst du mir nochmal den Link schicken, dass er nochmal ganz oben in meinen DMs ist. Dankeschön, Bruder. Worauf ich gleich noch komme, als ich ihn auf sein Fehlverhalten angesprochen habe am nächsten Tag, hat er sich sehr korrekt und sehr männlich und sehr erwachsenfrei. Ondro, das einzig wirklich Gute an dem Animus-Podcast und Flair hat ihn verdorben, ja. Das ist natürlich Flair seine ekehafte Müllmenschenart. Die sorgt dafür, dass selbst die Leute, die irgendwie auch noch Mitleid und Empathie für Flair sie hatten, wie Ondro oder ich, dass der Fall waren, dass auch solche Leute ihn abgrundtief hassen und halt auch sein wahres Gesicht kennenlernen. Vielleicht jetzt anders, aber damals war cool. Das heißt, wir nehmen seine Peachness als... Wieter, ich verstehe immer nicht, worum es geht eigentlich, was für Füße und wieso eigentlich. Also es geht darum, dass Flair in einem Stream gesagt hat, ja, der Ondro, Alter, so ein ekehafter, ja, das ist bei Scott Storch und pullt sich dann Füßen rum. Und Ondro schreibt gerade, warum er das gemacht hat. Also er rechtfertigt sich gerade für, aufgrund der wilden Anschuldigungen des Flissmeisters hier. Das Gruppenzwang durch den Knabenflexer. Können wir machen, Alter. Lassen wir den sliden, also einmal. Ja, genau. Also ich glaube, das ist eher der Gruppendynamik im Hause des Rechtsdachs ist geschuldet. Aber das ist nicht in Ordnung. Natürlich ist es nicht in Ordnung. Ja, guck mal, Noah, da kriegt er seinen Mund nicht auf, das merkt man doch. Also Noah ist auch eher so derjenige, der das nicht so wirklich schafft, sich da auch in den Vordergrund zu drängen, gerade wenn du da so einen absoluten Proletenholzkopf wie Flair hast, der die ganze Zeit am Labern ist, der immer seinen Maul aufmachen muss, ist es natürlich schwer, dagegen anzukommen. Da ist es vielleicht auch für einen Noah dann in dem Moment ganz cool gewesen, auch mal so eine Story auspacken zu können. Im Sinne von, yo, ey, da habe ich eine Story und alle auf einmal so, ja, dann hören wir dir mal zur Abwechslung mal zu. Ja, so wird das wohl gewesen sein, Digga. Man muss ehrlich sein, weil... Ich glaube, dass es einfach dessen geschuldet ist, dass die da zusammen chillen, Gruppdynamik, jeder will cool sein, ein bisschen was erzählen, so weißt, kennst du ja das. Ich habe auch gesagt, dass du mich in den Wahnsinn treibst. Oft. Ich habe das zu 100 Leuten gesagt. Ja, ich weiß. Treibt mich in den Wahnsinn. Ich weiß. Aber ich würde jetzt keine Fuß-Ekel-Stories erfinden. Genau. Okay, dann hast du ja ein Bild von Scott Storch gepostet, gesagt, ey, ich bin cool mit Scott Storch. Und dann ist ja das passiert, was für den Flamboy ungefähr so ein Gefühl sein muss, wie damals in seiner Kindheit, wenn regelmäßig Freier seine Mutter besucht haben. So ein verschwitzter LKW-Fahrer und das immer sein Herz gebrochen hat, wenn er laute Geräusche... Oh, Alter. Also wenn es nicht Flair wäre, würde ich sagen... Übertreib halt, ja. Übertreib halt. Warum gehst du denn so ab auf den? Warum gehst du denn so ekelhaft ab auf den, wenn es nicht Flair wäre, würde ich das sagen, ja? Äh, Linda, Andreas, Dankeschön für den Prime, was geht ab? Nitsch, einfach nur eine Bits, so, ist nochmal in deine DMs, mein bester Dankeschön, Bruder. ...aus ihr im Schlafzimmer gehört hat, wie so ein Seelöwe, der angegriffen wird von dem Eisbär, wo er sich dachte, Mama, Mama, tut dir jemand weh? Boah, das ist doch fies jetzt, Alter. Da hat Scott Storch sogar einfach gerepostet, auch ganz frisch. Das ist aber cool, ja, dass Scott Storch hier noch eine Insta-Story gerepostet hat von Andro, im Sinne von Yes, Bro, You're Still My Bro, Bro, I Remember Your Feet and What's Left Over on My Floor. Danke, Gates. After you were gone, I collected it. Ähm, ja, Scott Storch, der weiß nicht mal, wer Flair ist, der weiß nicht mal, dass der existiert, ja? Ähm, Memo, oder? Von der Tier 1, was geht ab? So, an alle, die gerade reingekommen sind, wir machen nur noch den Animus-Podcast-Sendung, dann gehen wir rein in die neuen Releases hier von Jiggity Jack, Jackson, Keanu, Luciano und, 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 wird geil. Ja, Mann, ne? Ne, und das muss ja für den Flamboy. Hat noch geschrieben, ich will den Verlauf nicht posten, der hat geschrieben, ey, brother, you okay, und so, wie geht's, also, how you doing, how is life, so, weißt, wir schreiben ab und zu, ne? Boah. Und, äh, der repostet es, und. Jetzt kommt das nächste Lustige, während, also, der, äh, Flamboy, ne, äh, sagt dann so, ja, hier, und einer sagt, ey, äh, Andro hat Jay-Z und Kanye und so fotografiert irgendwie sowas, und er so, yeah, und, und auf einmal so, ja, ey, warum macht Aria kein Interview mit mir? Ich bin doch relevant, ich bin doch der, äh, relevanteste Interviewpartner. Ja, guck mal, du Chöp. Weil du ein Müllmensch bist und keiner sich, äh, mehr die Kopfschmerzen machen möchte, um sich mit dir abzugeben, also, wenn, wenn Aria smart ist, macht er das Interview mit ihm nicht, so einfach ist das, ja, weil er natürlich auch keinen Bock drauf hat, dass wenn drei Interviews später irgendwie mal Flair-Thema ist und Aria dann nicht ihn verteidigt, als wenn es sein Vater wäre, dass er da Anrufe bekommt, ey, du HS, ich stech dich ab, ich, äh, werd dich schlagen, äh, deine Kinder, wenn du welche hast, die werden auch gleich noch mit abgestochen und alles drum und dran, ja, und außerdem möchte er natürlich auch nicht die ganzen Dislikes haben auf seinem Kanal, das ist richtig, wo er die erste Folge gemacht hat. Der, äh, seiner Mom damals auch noch so diese, äh, Durex-Packung, Zwölfer-Packung bringen musste und so für ihre nächtlichen Aktivitäten. Wenn du selbst von dir die ganze Zeit sagen musst, dass du relevant bist, dann bist du irrelevant. Das ist schon mal das Erste. So, jemand, der relevant ist, auf den kommen die Leute zu. Auf dich kommt niemand zu. Du sitzt mit dem Pädo-Anwalt dort und ihr macht eure Witze. So, und ihr redet über einen Fotografen, der einfach in einem Quartal mehr Cash verdient mit seinen Fotos und Aufträgen als ihm. Stell dir mal vor, Aria sagt irgendwas Doofes gegen Flair und Flair liegt an Arias Mutter. Denkst du, da hat Aria Nejati Bock drauf? Sicherlich nicht. So einfach ist das, du Chöp. Das ganze Jahr macht, also, warum so unverschämt, ihr Chöps, ne? Und, ja, dass du halt mit Bildern angefangen hast, um Frauen zu begrapschen und so weiter. Das stimmt auch nicht alles, ne? Das stimmt auch nicht alles. Ich hab angefangen... Aber was ist das Resümee? Weißt du, für die... Das ist eigentlich so krank, ja, dass man auf sowas überhaupt antworten muss. Ne, das stimmt nicht. Wir wissen ja, dass du aus deiner Liebe für Hip-Hop angefangen hast. Genau. Das ist ja komplett... Ich rappe Liebe einfach. Plus, plus, ne? Der Flamboy hat dann auch noch gesagt, ja, das Wort Flamboy Entertainment, sein neues Chöp-Label, hätte er von... Flamboyant. Flamboyant. Und Savasch, damals bei dem Shooting, das neue Berlin oder so, und das Shooting mit Alpha, hast sogar du geshootet. Ja, ich hab das... Klar hab ich's gemacht. Du hast sogar das Bild gemacht von Savasch, Alpa und Flamboyant. Und Flamboyant. Das ist so krank. Daran merkt man, Leute. Krank der Typ, ey. Einfach nur krank. An alle Menschen, die das hören. Genau. Krank und finished. An allem an die Frauen. Wenn ihr einen so einen jungen Alters habt und ihr seid im horizontalen Gewerbe tätig, dann versucht bitte, eure Arbeit fernzuhalten von eurem Kind, denn wenn ihr das nicht tut, habt ihr das Ergebnis. Hier seht ihr einen erwachsenen Mann, der damals immer frische Bettlaken und frische Zehwerrollen... Heißt das Label wirklich so oder sagt er das nur, um keine Probleme zu bekommen? Nein, Flamboyant heißt das. Flamboyant Entertainment. Ist natürlich wie alles von Flair gefühlt, erfunden. Also wie gesagt, auch Flair hat Flamboyant Entertainment erfunden. Und es ist natürlich nicht so, dass es schon Ende der 80er ein Label gab von Big L, was ebenfalls Flamboyant Entertainment hieß. Also wenn ich das jetzt hier mal eingebe bei Google, Flamboyant Entertainment, dann kommt bestimmt nicht irgendwas mit Big L oder sowas. Nee, kommt es nicht. Flamboyant Entertainment Label, das ist das neue Label von Flair anscheinend. Genau. Perfekt. Also es kommt nicht halt. Siehst du? Sag ich doch. Und so Febrés Raumspray bringen musste damals, während der Arbeitszeit von seiner Mom. Und hier habt ihr das Ergebnis. Seht ihr, was für ein Rotzberaten er geworden ist? Das ist doch nicht in Ordnung. Und wir machen kein Prosti-Shaming. Wir haben kein Problem damit. Das interessiert uns nicht, was die Mom von Flamboy gemacht hat. Aber ich finde, sie hätte das mit etwas mehr Diskretion machen können, weil ich mir auch sicher bin, dass das bestimmt auch der eine oder andere. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das Insolvenzverschleppung ist. Der Patrick Insolvensky wird wahrscheinlich jetzt mit seinem Label Maskulin sich einfach einsehen, dass er damit keine schwarzen Zahlen mehr schreiben wird. Und deswegen altes Label dicht, neues Label auf. Der Freier, wenn er fertig war, gern an seinen Füßen vielleicht auch rumgemacht hat im Wohnzimmer oder dann gesagt hat, komm mal her, Patrick, willst du mal an den Fingern riechen oder so? Und das hat ihn so verstört, dass... Gottlos. Wirklich gottlos, Digga. Wie gesagt, wenn es nicht gegen Flair wäre, würde ich sagen, das geht zu weit. Das ist ihn nicht so. Aber guck mal, was der sich alles geleistet hat in meine Richtung letztes Jahr. Dass ich mich hier ein bisschen in Schadenfreude suhle, das müsst ihr mir gönnen. Danke. Fuß Popel-Story mit dir. In den Wahnsinn treibt. Und er projiziert auf dich halt diese ganzen Freier, die nach und nach gekommen sind von der örtlichen Baustelle oder von diesen Bungalows, wo die halt gearbeitet haben, auch viele ausländische Arbeiter, die deswegen auch einen Ausländer-Hass hat. Und er projiziert das Ganze auf dich. Aber was ist ja jetzt das Resümee, das du ziehst? Also du hast ja viel gerudert. Du hast ja nicht nur Blasen an den Füßen, du hast auch Blasen an den Händen. Welcome to your 2020 show. A crime to catch up on the latest episode. Schon bis jetzt. Guck mal, mein... ...vom ganzen Rudern gehabt, die letzten Wochen und so weiter. Guck mal, nochmal, ich hab nie gerudert, Alter. Ich hab einfach nur... Aber was ist dein Statement jetzt? Mein Statement ist jetzt. Und denkst du, wenn Flamboyant floppt, wird noch ein neues Label aufmachen? Wie soll das floppen, Bruder? Also bei Flamboyant sind Flair und sein Signing Noir. Also diese Konstellation, Bruder, ich bin der Meinung, da kann nichts schief gehen. Guck mal, mein Statement ist jetzt... Ah, und vorher, sorry, bevor ich dich unterbreche, es tut mir leid. Haben wir jemals GoodCop, BadCop irgendwas abgesprochen? Niemals. Also ich muss ehrlich sagen, guck mal, ich hab auch damals im Telefonat, als mich der Frechdachs angerufen hat, hab ich auch gesagt, das erste, was ich gefragt hab, so, Dicker, hast du dir schon mal einen Podcast angehört? Weil vielleicht er sieht, du beleidigst ihn, du beleidigst seine Mutter, du machst alles so, ne? Und vielleicht sieht er nicht... Ich beleidigst seine Mutter auch nicht. Ich will das nur nochmal klarstellen, sie tut mir leid. Sie hat ja das Recht, ihren Beruf auszuleben, wie sie möchte. Es geht aber nur um die Freundschaft. Was ist mit dem Release? Wir gehen danach, nach der Folge rein. Mods, pinnt mal eine Nachricht an, bitte. Im Chat, damit auch Leute, die neu reinkommen, wissen, dass wir danach direkt in die neuen Releases reingehen. Dankeschön. Folgen für ihr Kind, was wir ertragen müssen. Okay, warte. Es war mir nicht bewusst, oder vielleicht hab ich gedacht, okay, er hat das noch nicht gehört. Und er weiß vielleicht nicht, dass... Ich sitz mit dir zusammen. Vielleicht denkt er, ich lass da mit und mach so Dings, bleidigend rauf und runter. Deshalb hab ich gefragt, ey, Dicker, hast du dir schon mal einen Podcast angehört? Ich nehm dich die ganze Zeit in Schutz. Ich versuch, das objektiv zu beleuchten. Ja, das ist no good call, bad cop und so. Ach, hat er dir auch gesagt? Natürlich, im Sommer schon. Und ich so, Dicker, was für good call, bad cop. Muss er richtig voll auf, dass ich so bin, dass ich das korrektiv sehe? Ja. Was für good call, bad cop. Ich war so, ja, du wirst schon sehen. Und hier, und ich so. Weißt du, dann wurde ich auch noch... Dann hast du ihn aber trotzdem noch verteidigt. Weil ich weiß, wie er ist, Alter. Der meint das nicht mal, das Schlimme ist, der meint es ja nicht ernst, was er sagt. Das ist so, bei ihm ist so ganz... Oh mein Gott, Leute. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Also nimmst du ihn auch jetzt noch in Schutz? Was ist, für alle Hörer jetzt, die die letzten Folgen von uns mitverfolgt haben und gesehen haben, wie oft ich mich aufgeregt habe, dass du das Offensichtliche nicht einfach so nennen kannst, wie es ist, oder nicht nennen willst, oder es anders ausdrückst. Für all die Menschen, die so... Bro, ich hab richtig viele Nachrichten bekommen, von Leuten, die am Platzen sind. Die haben gesagt, ey, Ondro muss jetzt. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Ondro die Wahrheit sagen muss, sonst rasten wir aus und dies und das. Ich sag's schon ganz seitdem. Also, Player wollte ihn jetzt mal so einen Hund machen in diesem Stream, ja. Ich will von dir einfach nur wissen... Ja, erzähl. Was ist der Status Quo jetzt? Der Status Quo ist, dass ich natürlich das sage, was ich vorher auch schon wusste, aber nicht gesagt habe, aus Fairness einfach. Ich finde, der Frechdachs... Aus Mitleid. Nicht aus Mitleid, aus Fairness einfach. Aber Fairness funktioniert ja nur, wenn es von beiden Seiten ist. Ich weiß, okay. Nenn's, wie du willst. Auf jeden Fall finde ich, meine persönliche Meinung ist, dass der Frechdachs ein absoluter Müllmensch ist. Man sieht ja auch... Amen. ...an der ganzen History, wie viele Leute waren schon bei ihm. Du hast es im Endeffekt immer richtig gesagt. Es gibt niemand. Und was ich noch sagen möchte, was ich mit einem anderen Freund auch geredet habe, der mich angerufen hat. Und dann auch so, ey, hast du es gesehen? Und ich so, ja, Mann. Der so, ey, ich reg mich so auf über diesen Spast und so. Wer war das? Das weiß ich dir nicht. Jemand, den alle kennen. Danke geht's. Jemand, den jeder kennt. Oh, stark. Stark, stark. Und wenn ich Scott Staltree poste, dann ist so, ich bin sehr gut vernetzt mit jedem so. Auch wenn man Leute nicht kennt, so, weißt du. Und der hat mir eine Sache gesagt. Der hat gesagt, Ondro, guck mal, kannst du mir einen einzigen Menschen sagen, über den er mal gut geredet hat? Außer, den er gerade gesigned hat oder so. Kannst du mir einen Menschen sagen. Er gerade braucht, quasi. Genau. Kannst du mir einen einzigen Menschen sagen, über den er gut redet? Oder mal gut geredet hat und nicht schlecht geredet hat danach. Und dann habe ich überlegt, ich so, ey. Der redet mittlerweile auch sehr, sehr bescheiden über Simes, obwohl er da gesagt hat, nee, das ist alles gut. Okay, dass er nicht mehr da ist. War vollkommen klar. War vollkommen klar, Bruder, dass er nach Monaten dann auch einfach anfängt, auch über Simes zu lästern, ja. Die alte Lästerschwester. Ey, ich kenne keinen. Aber mir fällt keiner ein. Der einzige, wo man ehrlich sein muss. Guck mal, wir wollen auch fair sein. Sind die noch vielleicht. Ich bin, nee, das nicht. Aber guck mal, auch in dem Podcast, wir machen unsere Witze. Danke, Gates. Aber wir sind keine Lügner, ne. Und es gibt eine Person. Ja, er will Simes sogar dissen, ja, überleg dir mal. Egal. Ja, das ist nur eine Frage der Zeit, bis er über Hengst und Rosa auch herzieht, richtig. Einfach ein abscheulicher Mensch. Einfach Abstand von solchen Menschen. Ey, ich habe es euch schon tausendmal gesagt, es gibt immer wieder Momente, wo toxische Menschen in euer Leben treten. Und das liegt an euch auf Erfahrungswerten basierend, diese Leute auch direkt zu definieren, heraus zu kristallisieren und sie aus eurem Leben wieder zu verbannen. Weil toxische Menschen, die bringen euch nichts. Ja, und ich sage nicht, oh, jeder Mensch muss dafür sorgen, dass er dich reicher macht, sonst ist er es nicht wert, dir deine Aufmerksamkeit geschenkt zu bekommen oder sowas. Sondern ich meine damit, dass sie dich runterziehen. Die toxische Menschen, alles nicht umsonst, toxische Menschen, denn ihre Art ist giftig und das verschmutzt dich, das verpestet dich und das zieht dich runter, das macht dich krank. Also bloß weg mit solchen Leuten. Ich habe, wie gesagt, auch in der Deutschrap-Szene viel zu lange auch solche Leute in mein Leben gelassen und teilweise bin ich aufgewacht und hatte richtig Eke davon, das Handy in die Hand zu nehmen und meine WhatsApp-Nachrichten zu öffnen, weil ich schon wusste, okay, da sind wieder zwei, drei von diesen Müllmenschen drin, Digga. Ey, wirklich, also macht da knallharte Cuts. Versucht auch nicht, diese Leute zu ändern, Bruder, denn so Leute wie Flair, die sind einfach beratungsresistent. Die sind schon im hohen Alter, sind schon immer so ekelhaft. Das wird sich auch nicht mehr ändern. Ist halt so, Bruder. Don't try to save them. Ich habe nur gesagt, das ist mir eingefallen. Ja, aber ich sage, die eine Person, über die Flamboy immer gut redet, auch jetzt nach Jahren noch, ne, und das ist Rudi, der Lkw-Fahrer. Warum? Wenn er seine Mann besucht hat, er hat dem immer so Chupa-Chups, äh, Das ist ja wie eine neue, äh, äh, Knaben-Bars-Folge, ja. Oh, das ist hart, Digga. Ist das hart. Rudi, der Lkw-Fahrer mit Chupa-Chups kam an, ja. Alter. Lutscher mitgebracht hinterher, ne, und wir können auch nicht Rudis, Rudis gutes Herz, ne. Okay, den kenne ich nicht, keine Ahnung. Das habe ich dann wirklich eingefallen. Der Lkw-Fahrer. Den kenne ich nicht, sagt Andruja. Sag mal, ist der komplett dämlich, oder was? Das ist natürlich eine Anspielung auf einen Freier, ja. Alle Freier, die dort halt, äh, waren anscheinend nicht nett, aber Rudi, der Lkw-Fahrer, das war einer, der sich gedacht hat, okay, da sitzt da so ein kleiner Junge mal in der Ecke, der komplett hier traumatisiert ist und verstört ist, äh, bring ich dem doch mal einen Chuba-Chups, lutsch er mit, das eine oder andere Mal. Er ist der einzige, über den Flamboi immer noch gut redet, wenn wir ein Pferd bleiben. Weil ich habe mit Rudi geredet, ne, und Rudi hat zu mir gesagt, guck mal, ich habe dem kleinen Patrick früher immer so Chuba-Chups mitgebracht, der mochte diese Chuba-Chups, die so sauren Kern haben, weißt du? Und, ja, ey, deswegen, Rudi, der Lkw-Fahrer, über den hat er immer gut geredet, sonst über keinen, da gebe ich dir recht, sorry, dass ich schon da bin. Genau, kein Problem, genau. Und er hat mir das gesagt und da habe ich echt überlegt, so, hm, okay. Und, ähm, genau, das ist meine Meinung. Also, ich werde natürlich nicht mehr so diese Flagge, diese Fairness-Flagge, ich sehe immer fair gewesen von mir, ähm, so eine Art Gegenpol oder die objektive Sichtweise, das ich im Podcast, wenn wir über Sachen reden, zu sehen, aber bei diesem Menschen jetzt nicht mehr, weil das ist einfach nicht fair von ihm, mir gegenüber, dass, wenn ich versuche, für Objektivität zu besorgen in seiner Person, dass er dann nicht, ähm, im Stream, da irgendwie voll sabbelt in irgendwelchen Lügen, Beleidigungen und nur Negativen. Ja, ich bin ehrlich, ich mag dich ja, du bist mein Bruder und mich fackt das richtig ab. Nee, aber wirklich, Pause. Aber, äh, mich hat das richtig abgefuckt, Bruder, weil ich, Ja, Flair, der kann doch halt auch nur dreckig spielen, ja, er versucht dann auch direkt so irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche, äh, nicht öffentlichen Informationen rauszukramen, wie satt das, was Noir ihm da wahrscheinlich erzählt hat, äh, in einer Lester-Schwester-Runde, das hier mit einem, äh, an Füßenpuppen oder sowas, äh, dann solche Sachen wie, äh, keine Ahnung, er hat das Noir angefangen, dieses ganze Fotografie-Business, um Frauen irgendwie unter den Rock zu filmen oder sowas, was sind das für Sachen, ja, irgendwelche Sachen aus dem Privaten ausplaudern und die Leute, äh, versuchen halt, das Business kaputt zu machen, na, das sind, das sind die Sachen, die Flair drauf hat, ja, das sind die Sachen, die Flair auch gerne praktiziert, weil, das sind, halt, Taten beziehungsweise Aktivitäten oder, ähm, Hobbys, gerne praktizierte Sachen eines Mobbers und Unterdrückers, wie Flair das nun mal ist. Ich mir dachte, ey, du bist zu feige, über mich zu reden, erzähl doch mal, sag wieder drei Sätze über mich, damit ich dich wieder in den nächsten Bars zum Thema mache, zu meinem, äh, lyrischen, weiß ich nicht, äh, Taschen-Mumu, die man so kauft an der Tankstelle, so, das ist so seine... Wo ist denn die angepinnte Nachricht hin, dass es nach dem, nach der Episode hier mit den, äh, mit den Releases losgeht? Äh, verschwinden die dann nach einiger Zeit oder was ist da los? Die gesamte Karriere ist das für mich gerade. Red doch über mich, red doch über die Leute, die dich draußen beleidigen und so weiter, aber du suchst dir jemanden, der dich verteidigt, der versucht, das Positive in dir zu finden. Hat der mit Timer gemacht? Oh, nee, Alter. Oh mein Gott, ey. Einfach mal eine Nachricht, bitte, lieber Darth Mördert, ja. Nach dieser Episode geht es los, oder mal, schreib es andersrum. Neue Releases checken wir nach dieser Episode ab. Genau so, bitte. Und dann einfach nur eine angepinnte Nachricht und that's it. Ohne Timer. Und Bro, du bist ja nicht der Erste, der die Rudersaison angefangen hat. Marvin California, bestes Beispiel. Er war Flamboy-Fan. Er saß mit denen im Stream. Der hat mich gehasst, weil ich den gedisst habe damals und so. Ja, das ist ja eigentlich auch das Traurige, ja. Guck mal, Flair, so ein ekehafter Abschaum, Alter. Liegt meine Mutter und alles drum und dran, aber eigentlich dachte ich mal, dass wir miteinander cool sind. Wir haben zusammen gestreamt, wir haben zusammen gechillt, alles drum und dran. War auch alles in Ordnung. Er war auch gastfreundlich, wo ich bei ihm war, das muss man ihm auf jeden Fall zugutehalten. Da kann ich jetzt nichts Schlechtes sagen oder sowas. Aber dann, sobald mal irgendetwas kritisch in seine Richtung kommt, zeigt er dir halt sein wahres Gesicht. Du bist für ihn immer nur Mitte zum Zweck. Flair ist jemand, der kann keine aufrechten Freundschaften haben oder keine aufrechten Beziehungen mit anderen Menschen haben. Solange man Mitte zum Zweck ist, ist man irgendwie gut für ihn. Und wenn das halt irgendwie nicht mehr der Fall ist, dann wird er schnell ekelhaft. Der ekelhafte. Und natürlich, als Animus ihn damals so hart angegangen ist, wegen, ja hier, du Heimkind, dies, das, ananas, habe ich das erstmal so wahrgenommen, als ob er hier Heimkinder als Ganzes disst oder sowas. Weil ich natürlich auch dachte, ey, hat der denn gegen Flair? Er ist so korrekt eigentlich so. Aber da kannte ich Flair sein wahres Gesicht noch nicht. Und das ist so gut, dass er das auch letztes Jahr so ausufernd gezeigt hat, wie Flair halt wirklich ist. Letztes Jahr ist da wirklich die Maske des einen oder anderen gefallen. Und ich bin, auch wenn das Ganze sehr, sehr unschön war, ich bin im Endeffekt froh darüber. Weil es immer nice zu wissen, woran man ist bei anderen Menschen. Und es ist auch nice, den echten Menschen zu sehen. Ja, den echten Menschen zu erleben. Denn viele Menschen haben eine Maske auf in der Öffentlichkeit oder auch einfach nur, wenn sie unter Mitmenschen gehen. Was natürlich dafür sorgt, dass du dich bei vielen Menschen auch leicht täuschen kannst. Aber umso mehr Erfahrungen man sammelt, desto mehr ist man dann halt auch gewappnet. Für solche Fake-Gutmenschen, die dann aber eigentlich wirklich absolut eckehaft sind. Ach ey. Ein paar Sachen. Und er hat gesagt, hier und mich immer geroastet. Und dann habe ich den ja einmal richtig beleidigt von oben bis unten, wo er auch gesagt hat, ey, was ist dein Problem? Ich habe zu ihm gesagt, du kennst ihn nicht. Du verteidigst den Flamboi, du kennst ihn nicht. Ich saß mit ihm. Tage, Wochen, Monate. So an seiner Seite. Ich weiß, wie der Typ ist. So, was ist passiert? Irgendwann hat er sich bei mir entschuldigt. Er hat sich öffentlich entschuldigt. Marvin California, er hat sich privat bei mir entschuldigt. Er hat gesagt, Bro, ich muss mich einfach bei dir entschuldigen. Alles, was du gesagt hast, hast du recht. Er hat recht. Er kriegt doch auch seinen Hack hier. Hat er recht. Er hat es mir immer gesagt. Er hat gesagt, Digger, Ende weg von dem. Verbrenn dir nicht die Finger. Mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Wollte er eigentlich nur sagen. Er wollte eigentlich nur sagen, ey, mach nicht den gleichen Fehler wie ich. Bei mir ist es aber so, ich muss da irgendwie selber meine Erfahrungen machen. Kennt ihr das? Ja, also wenn Leute über euch und eure Beziehungen zu anderen Menschen irgendwie sagen wollen, ey, mit dem oder mit der hatte ich auch schon mal Kontakt oder sowas vor der Wichse oder sowas. Man hört sich das an, aber man denkt sich ja so, okay, naja, eigentlich ist derjenige ganz in Ordnung. Und dann ist es oft auch so, dass man sich denkt, okay, das war dann vielleicht wirklich nur so ein Ding zwischen euch, dass ihr beide einfach miteinander nicht klarkommt. Aber ich komme mit der Person sehr gut klar. Aber im Fall von Flair war es natürlich so, dass Animus ihr recht hatte. Ist einfach so. Und dann hat er nochmal versucht, objektiv zu sein und der Flamboy hat noch mehr reingeschissen. Und so ist es bei Flamboy, so ist es beim Dragon. Die Leute kommen irgendwann an einen Punkt, wo die sehen, es geht nicht mehr. So. Und deswegen war es so eine Frage der Zeit. Ich dachte aber, weil diese Chips von Star Wars und diese ganze Sache gegen der Pädo-Anwalt macht auftakt. Ich muss sagen, selbst jetzt muss ich da noch differenzieren zwischen Manuelsen und Flair. Natürlich hat Animus einen riesen Hass auf Manuelsen wegen dieser Studioaktion damals. Allein schon deswegen kann man das komplett nachvollziehen. Aber ich würde zwischen Flair und Manuelsen differenzieren. Denn auch Manuelsen hat damals private Fotos von mir und Familienangehörigen bekommen oder sowas. Aber ist damit zu mir gekommen und hat die nicht veröffentlicht. Im Gegensatz zu Flair. Flair findet das cool, wenn der Mütter von anderen Leuten in seiner Story doxt. Dann findet der das cool. Der hat auch gesagt, er hat gesagt, dass das Hip-Hop ist, wenn man das macht. Flair hat gesagt, es ist Hip-Hop, wenn man Mütter von anderen doxt in seiner Insta-Story. Kann man so ein Stück sein. Ticker und alles drum und dran. Dass die wenigstens eingemacht hätten auf, ey, wir finden, Animus schadet Ondro eigentlich mehr. Weißt du, weil Ondro ist ein cooler Typ und Animus ist der Böse. Weißt du, so Teile und Herrscher. Ich dachte wenigstens, dass er diesen Move bringt. Ey, Ondro ist korrekt, aber Animus ist so ein Chöp. Weißt du, dann hätten die vielleicht ne, wie sagt man, dann hätten die versucht, zumindest zwischen uns Zwietracht zu, wie nennt man Zwietracht? Sehen. Sehen. Zwietracht zwischen uns zu sehen, weil dann ich gesagt hätte, hö, fällst du etwa auf den einen und du so, ey, der ist doch korrekt und dann hätten die uns so mäßig, Teletubbie-mäßig gestritten. So, was ja bei uns auch nicht der Fall wäre, aber das wäre wenigstens ein Approach, wo ich gesagt hätte, okay, die versuchen, kann Respekt geben für diesen strategisch schlau. Aber er nimmt so den letzten Menschen, der ihn verteidigt, wo Marvin den Kopf schüttelt, ich schüttel den Kopf, Hunderttausende von Hörern, die mir jedes Mal den verteidigt. Ja, der ganze Chat schüttelt den Kopf hier, wenn Ondro versucht, den noch zu verteidigen, diesen Abfall auf. Die schreiben mir Nachrichten, Bruder, die ist da, so, so, so. Und die waren so verletzt und deswegen Shoutout an alle Leute, die Ondro ins Herz geschlossen haben und mir Nachrichten schreiben, die dir Nachrichten geschrieben haben, die mit dir so gepiegt waren. Weißt du, wie viele Nachrichten viele, also? Weiß ich, 100? 147. Okay, jetzt nimmt diese Zahl. Hammer. Ich hätte aber wirklich auch gedacht, dass Flair das ein bisschen länger aushält, hier einen auf geläutert und coolen Typen zu machen. Das war ja echt nicht lange, Bruder. Das ist mal ein Monat gewesen sein, wo er so seine Maskerade aufgesetzt hat, so, nee, nee, ja, das Ganze mit diesem ganzen Beef da und so weiter, das war ja doch relativ unnötig, ne? Und ich sag mal so, der, ähm, das mit dem PA, ne, das hat sich halt hochgeschaukelt, so mit Rapper-Komplexen, ne, so. Da hab ich jetzt auch nicht vor, noch großartig drauf einzugehen, so, ne? Ich, äh, ich hab jetzt hier, äh, meine, äh, ich und meine Mutti, wir haben jetzt hier wieder Kontakt und so weiter und deswegen sind wir jetzt hier wieder cool miteinander, ne? Und, ja, ich werd auf jeden Fall jetzt mehr Love-Songs machen und so weiter. Ist doch irgendwie Love-Songs von Flair braucht, Bruder, ja? So, wo irgendein Mädel sich denkt, boah, ja, Flair, Alter, ja? Richtig geil, stark. Jetzt erst mal zu Flair seinen Songs sexy tanzen hier. Niemand, ja. Außer irgendwelche, äh, aufgetackelten, äh, Nagelstudios sind dies, ja? Die sich denken, okay, wenn ich das poste und da Flair seine Mucke im Hintergrund läuft, werd ich auf jeden Fall von ihm gerepostet von dem notgeilen alten Sack, denn, äh, der guckt ja gerne, äh, auf Instagram nach anderen, äh, Mädels, ne? Und, ja, da kann man vielleicht ein paar maskulinen Soldiers in den eigenen Followern dann dazu zählen. Ist ja vielleicht auch die eine oder andere, die das mal gepostet hat, aber nie, weil sie es auch wirklich privat hört, ja. Ach, ey. Leute, vielen Dank, Alter. Das hat mir so, so im Herzen gut getan. Mein Herz wurde so warm, weil ich auch das League of Legends Game gewonnen hab mit Balog und dann kamen diese 47 Nachrichten voll geil. Danke, Leute. Stark, ne? Und jetzt nimm die Zahl mal 10 und du kannst ungefähr erahnen, was ich so an, äh, Nachrichten bekomme jedes Mal nach dem Podcast, ne? Und wo die Leute mitfiebern. Und ich denke, die Hörer und Hörerinnen haben eine zufriedenstellende Antwort bekommen, weil es ist erstmal nichts Schlimmes, in den Menschen versuchen, in den Menschen das Gute zu sehen. So auch elementisch scheiße. Von der anderen Seite. Und es wäre auch schlimm, weil sonst würde man ja bei jeder neuen Interaktion mit einem Menschen, den man nicht kennt, immer das Schlimmste vom Gegenüber erwarten, ja. Das wäre doch schlimm, Bruder. Dann macht es auch gar keinen Sinn mehr, irgendwie noch soziale Kontakte zu pflegen. Deswegen, also, ich bin auch der Meinung, dass man immer erstmal vom Guten ausgehen sollte. Denn kein Mensch ist böse geboren. Menschen werden böse. Durch Erfahrungen und durch Charakterzüge, die dann geformt werden. Ja. Und durch ihre Präferenzen. Manche Leute mögen es halt, nett zu ihren Mitmenschen zu sein. Und manche Leute mögen es halt, wie Flair zu sein. Ja. Das ist das Ding. Aber jeden jetzt irgendwie erstmal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, was könnte der mir potenziell wollen? Wie könnte der mir potenziell schaden? Da wird man ja bekloppt im Kopf, Alter. Das Objekt hier will von der anderen Seite. Vielleicht auch das Gute. Ey, wer weiß, ne? Vielleicht sagt man, ey, der Typ ist ein Penner, aber vielleicht ist es den Umständen geschuldet oder er hat das falsche Umfeld oder ist in einer schweren Lebenssituation. Man versucht sich das die ganze Zeit gut zu reden. Und am Ende ist der Mensch einfach ein Chöp. Und dann kann man auch es einfach nicht mehr schön reden, weil irgendwann bringst du dich ins Unrecht. Irgendwann bist du unauthentisch und die Leute sagen, wir können dem eh nicht mehr zuhören. Wenn du das offensichtliche, pädophile Neigungen, ein Typ strullert sich ein auf ein zweijähriges Kind, das er mal gesehen hat, mit pädophilen Neigungen. Können wir das verteidigen? Das ist für mich genauso raus aus dieser Kiste. So, weil du versuchst, das als Dirty Talk abzustempeln und so. Anstatt, guck mal, wenn du jemanden in deinem Umfeld hättest, der sich auf Zweijährige einjackst, wir würden den packen und wir würden den in eine Therapie stecken, wenn das auf Jacks Basis ist, wenn er kein Kind angefasst hat und so. Bevor du an Promos, Statements, Interviews, Leute verurteilen, die das verurteilen, bevor wir überhaupt daran denken würden, in die Öffentlichkeit zu gehen, wäre der erste Schritt, den Menschen zu heilen, richtig? Oder in eine Richtung zu bringen. So, man denkt nicht an Öffentlichkeit und das Image und alles und drum und dran. Und das ist einfach, diese Truppe sind pädophilen Anwälte und sind Flamboys. So, einfach schlechte Menschen. Und deswegen auch an diesen Newcomer, der da gezeigt hat, deine Karriere ist eh für einen Arsch. So, ich sagte das jetzt so, wie es ist. Ich habe auch die Befürchtung, dass Noir sich damit keinen Gefallen tut. Also, wenn er jetzt da wirklich bei Lea seinem neuen Label dort unterschreibt und da auch vertraglich gebunden ist, Bruder, ich meine, die Liste der Leute ist lang. Ihm davon, denke ich mal, nicht nur wegen ihrer Meinung, sondern einfach auch wegen ihrer Erfahrung davon entschieden abraten würden. Aber vom Allerfeinsten, Bruder. Ich würde auch sagen, anstelle von Noir, lauf so schnell du kannst und dreh dich nicht um. Schau nur nach vorne und lauf. Lauf, 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 Bruder. Du bist der 172. an seiner Seite, der auf cool gemacht hat und am Ende in der Toilette landet. So wie die ganzen anderen Signings, die jetzt weg sind. Eine sehr, sehr schöne und wichtige Doppelfolge des De-Animus-Podcasts. Es sind ja insgesamt sechs Folgen rausgekommen diese Woche. Die geben wir es jetzt ja nicht in volle Länge. Natürlich solltet ihr es mir gleich tun und hier einen miesen Follow dalassen. Hier ist erstmal der Link im Chat bei Animus und Ondro. Ich finde es, wie gesagt, super und ich finde es auch wichtig, dass Ondro mal hier klipp und klare Worte auch mal gegen den ekelhaften, bösartigen Unterdrücker und Mobber der Deutschrap-Szene Flair findet. Klipp und klar wird auch mal gesagt und Tacheles geredet, dass der Typ halt Ondro komplett zu Unrecht so hart angegangen hat. Aber das ist ja bei einem Flair sehr oft der Fall. Das hat ja schon Muster. Das hat System bei Flair. Alter, das ist ja, so ist ein Bulli nun mal. So ist ein Mobber nun mal. So ist das halt einfach, ja. Und ich denke mal, das ist auch wichtig und richtig, dass Ondro hier mal Kanten zeigt, ein paar Ecken zeigt, sich mal positioniert, weil das macht wahrscheinlich auch seine Persönlichkeit, seine Person für die Zuhörer greifbarer. Denn Ondro hat sich schon ein bisschen hier so durchgeahlt und durchgeschlängelt. Das eine oder andere Mal hatten wir hier auch arges Stirnrunzeln, Armstüssel, aber nichtsdestotrotz hier stabil auf jeden Fall seine Meinung gesagt und sich verteidigt, sich zur Wehr gesetzt und das würde ich auch allen von euch mitgeben. Jeder von euch hat irgendwie so einen kleinen Flair in seinem Leben. Hundertprozentig. Lasst euch von denen nicht unterdrücken. Jeder von euch, wenn ihr mit so einem Flair in eurem Privatleben zu tun habt, mit solchen Mobbern wie Flair, dann lasst euch nicht klein machen von denen, sondern bietet denen die Stirn. Ja. 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 Ja.